Ich will Polizist werden. Ich weiß noch nicht, welchen Beruf ich erlernen will. Ich habe keine Ahnung, was ich werden will. Nach der Schule werde ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau machen. Wenn ich mit der Schule fertig bin, werde ich eine Ausbildung machen. Ich mache eine Ausbildung als Elektroniker. Nach dem Abitur möchte ich gern eine Ausbildung als Bankkauffrau machen. Wenn ich die Hauptschule beendet habe, werde ich eine Lehre machen. Ich weiß aber noch nicht, welche Lehre ich machen soll. Ich mache gerade eine Lehre als Kfz-Mechaniker. Seit April 2021 mache ich eine Berufsausbildung bei einer Bank. Ich besuche die Berufsschule. Ich gehe auf die Berufsschule. Als Azubi verdiene ich etwa 700 Euro pro Monat. Ich habe vor einem halben Jahr meine Berufsausbildung begonnen. Ich bin Azubi und werde meine Ausbildung in zweieinhalb Jahren beenden. Ich habe meine Ausbildung nach einem Dreivierteljahr abgebrochen, weil mir die Arbeit keinen Spaß gemacht hat. Im Moment mache ich ein Praktikum, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Nächsten Herbst werde ich ein Praktikum in einem Kindergarten machen, denn ich will vielleicht Erzieher werden. Ich kann noch nicht schicken. Was ist der Grundstück bei einer Kapostik. ig Vielen Dank.